So, Dwarlin, komm her. HAYO! Okay, warte, da hinten können wir rein. HAYO! Nehme Torin. Ja, ich habe gar nicht Zeit für dich. Also... WETTERSPITZE, krass. Ah, hierfür brauchen wir URI. Du schnitt. Muff war. Und dann noch Filii. Und dann noch Filii. Feuer! Nochmal und nochmal. Oh. Zu früh runter. Hm. 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 Ja. So. Sehr schön. Dann nochmal hier ein paar Steinchen zerstören. Ne. Kennen wir ja alles. Hm. So, was willst du denn? So, dann haben wir gleich alles, was wir brauchen. Komm, wir versuchen jetzt die 20.000 zu ziehen. Und da sind sie weg. Scheiße. So, 13.000. Ja, ja, ist mir auch ein ganz schöner Batzen, ne? Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Aber das ist nicht wichtig. Dank dir gibt es wieder einen Weg zu den Trollhöhen. Hier. Ich wurde im Voraus bezahlt. Aber es ist nur fair, wenn du das nimmst. Ja, will ich auch. Die Gemeinschaft suchte in den Ruinen eines Bauernhofes Schutz für die Nacht. Warum der Hof in großer Eile verlassen worden war, blieb ein Geheimnis. Doch das Haus war offensichtlich nicht von einer kleinen Kreatur zerstört worden. Wir schlagen hier. Wir schlagen hier unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre früher, weiter zu ziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Beef! Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Das waren genug Zwerge für einen Tag. Kommt er wieder? Ganz careful. Was ist los? Tolle. Oh nein. Wir werden also getrollt, ne? Verdammt, wenn's morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Hör auf, du Kraten. Das ist keine Hammel. Das hier wird frisch Gäule. Schwert mag ich nicht. Doch, dich doch, ist dich genug freckert. Immer noch besser als zäher alter Bauer. Der war ja bloß Haut und Knochen. Habe ich immer noch zwischen den Zähnen. Ja, ich kenne den ganzen Film auswendig. Also, frag nicht. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Okay, dann brauchen wir jetzt Kili. Äh. Ah, Vater, Miet. Trick. Ja, wir treuern jetzt euch ein bisschen. Wir sehen noch ein Körnchenwürze. Erstmal. Ich hoffe, du nimmst die Gäule richtig aus. Die steckigen Teile mag ich nicht. Eier, Arme, die können jetzt annehmen. Und... 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 So. So. Getrotzt! Oh, wunderbar. Da schwimmst du da oben? Oh, bring doch mal Füße rein! So. So. Aha! So. So. Ich hab Hunger. Gibt es jetzt noch Pferden oder wann? Ja, ich weiß, dass 10 Minuten rum sind. So. 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 Oh, das ist einwandfrei abgeschreckt, will ich ja. Juhu! Nein, das Schäfchen. Ein Messer. Es hat Arme und Beine und alles. Was ist das? Ich bin ein Meister, äh, Hobbit. Ein Meister-Hobbit? Kann man ihn raten? Wir können's ja versuchen! Lass ihn runter! Wie, Baduff? Ich sagte, lass ihn runter. Ja, YOLO! Egal. Attacke! So, also, jetzt fighten wir also gegen die Trolls. Trollkopf! Ja, übertreiben, Junge! So. Ja! Alter, ich schieß dich so ab an! Ich töte dich! Ah! Dori! Dori! Dori? Äh... Ja, wie war denn? Sind die nicht online? Na ja, was weiß. Die werden das schon irgendwie... Ja. Ja! Ah! Ja! Ich hab mich mit dir gesehen, Ja! 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 Willian Ok und dann noch Äh ich glaub es ist Tropfen oder? Au, alter das hat echt weh getan Hehehe So, wo ist mein Kumpel? Kumpel? Ah, zu spät So Das ist es Das ist es Schmeiß die Waffen weg, sonst reißen wir ihn aufeinander Bergo, nicht Nein Nein So, erstmal speichern Und, ja, das war's für Das war dieser Part Der neue Part von Liebe der Hobbit Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag Ciao